Liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Hotel, ich bin Sarah Mohr, Familienfrau von Steffisburg. Unter meinen Freunden sticht einer raus, der sich auf die Fahne geschrieben hat, im Leben gibt es nur den Besten und den Rest. Der Besten hat einen Namen, einen Gesicht, den kennt man und sieht man und hört man und alle anderen sind bei Gemüse. Er selber war auch der Beste an der Fakultät. Für einen Master aber leider nur noch der Zwei-Beste, also der Rest. Eine schöne Frust für jemanden so erfolgsverwöhntes mit so einem harten Lebensgerät auch. Im Buch, das ich unseren Kindern am Abend daraus vorlese, bin ich auf eine grossartige Formulierung gestossen. Dort sagt der freundliche Prinz von sich, er sei eben nie so wirklich gut, also gar nicht gut, eben immer letzt. Aber seine Mama sagt den Alben, nein, das stimme ich nicht, er sei nicht letzt, er sei letzt-best. Der Letzte sei auch der Best, der habe ich so geschafft, sei auch ins Ziel gekommen, habe ich auch alles gegeben, und sei dabei gewesen. Genau so best wie der Erste-Beste sei der Letzte-Beste. Und, das sagt der freundliche Prinz, sei ja eigentlich wahr. Die Mama von diesem jungen Prinz gibt ihm eine kostbare Lebensweise in Twitter. Weil ein Mensch, der versucht, mit seinem Tue, mit seiner Leistung, den eigenen Wert aufzumöbeln, der lebt unter einem Fluch. Und wer begreift, dass seine Würde, sein Wert, unabhängig ist von Leistung, der hat etwas vom Wichtigsten im Leben begriffen. Das gibt einen Blick auf sich und auch auf andere, der nicht abwertend ist, sondern aufbauend. Und das ist doch etwas, das wir alle nötig haben. Es erinnert mich an die Seligpreisungen in der Bibel. Die Letzten werden die Ersten sein. Nicht der Schnaust oder Geschwindst holt der Preis. Nein, für den Letzten-Beste wartet das Gleiche wie für den Erstbest. Wenn nicht noch das Bessere. Ich lese aus der Berndeutschen Bibel aus Matthäus 5. Glücklich vergehen sie die, die spüren, dass sie arm dran sind. Gottes Reich gehört ihnen. Glücklich vergehen sie die, die jetzt traurig sind. Sie werden getröstet. Glücklich vergehen sie die, die nachgeben können. Innen gehört einiges die Erde. Glücklich vergehen sie die, die Hunger und Durst haben, nach der Gerechtigkeit. Sie werden satt. Glücklich vergehen sie die, die ein offenes Herz haben. Sie finden auch bei Gott ein offenes Herz. Glücklich vergehen sie die, die eine lauterige Sinnung haben. sie sehen einiges Gott. Glücklich vergehen sie die, die für den Frieden arbeiten. Sie heissen einiges Kinder von Gott. Glücklich vergehen sie die, die man verfolgt, wegen Gottes Gerechtigkeit. Gottes Reich gehört ihnen. Glücklich vergehen sie die, wenn man sie verbrüllen und verfolgt und alles Schlechte über sie erzählt, wegen mir. Freut sie und schützt. Euer Lohn ist gross im Himmel. Seid gesegnet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und schützt eure Würde, die Gott euch gibt. Auch am letzten Besten. Untertitelung des Zuhörer ausleucht. Schlechte